er kommt jetzt um die ecke hier wahrscheinlich holst du sie in fabian? ja, ist er hingelogen oh ja, ich wusste es! scheiße! ich sag doch null terrorradius! ist das kein problem? okay, sie killt mich direkt. ich hab noch nicht einmal gehangen, bin aber tot. okay. jetzt hat er mich gepackt. ey, und weggeworfen. arschloch. der hat mich in den busch geworfen. ich werd gekillt. nein, ich bin in der palette. achtung. ja, das war ja bescheuert. geht links rum. nee, ist jetzt bei fabian. jetzt lauft. okay, ich wollte eigentlich hinter dich, weil ich noch einen schlag denken konnte. ja, ja, wir lenken ihn ab. geh, 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 geh. ich bin verletzt. ja, wo bist du? aber es ist okay, ich bin draußen. kommst du noch raus? oh mein gott. und genau da, wo ich es aufstelle, kommt er natürlich als erstes hin. willst du mich eigentlich verarschen? es war neben dem haus in irgendeiner ecke. hä? what? in irgendeiner ecke. hä? so, wie viele punkte gibt das jetzt? oh, ich dachte, das ist das elge. welcher idiot hat mich hier grad so erschreckt? ja, aber ich weiß nicht, ob der das ist. oh, da ist er auch. schütz mich, schatz, schütz mich. nein. arschloch. der kann es nicht, also der kann nicht gut spielen. ja, länge ist nicht alles, wenn man nicht damit umgehen kann. er ist weg. das elge. oh! ja, der ist wirklich hier. nein. ach so. doch, bei mir. oh. ich war nur sagt das. ich folgen rein. oh, hier draußen ist auch noch ein Sinn. ah! eff dich, man. ich wollte dich... warum muss man immer sechs mal auf die palette drauf drücken und dann tut sich trotzdem nichts. ich fahr... ich bin... ich lauf Fabian hinterher. der muss mich beschützen. ich bin gehen und muss das drücken. du holst sie erst, ne? oh! und der kommt natürlich hier raus. das wusstest du, Fabian, deswegen hast du mich extra geoffert. nein, ich hab gedacht, der geht zu Lars. hier ist auch Dreck. oh! ja! hier ist auch Dreck ein Jen und da kommt er auch direkt. ach, leck mich doch, man. lass mich doch mal in Ruhe ein Jen machen. ach, fickt euch alle. man, ich muss Jens machen und ich darf, ne? ah! jeder ist sich selbst der Nächste. da, wo du gehangen hast. ich weiß halt nicht, wo du jetzt gehst. ist ja super. das gameplay-rende ist schon rausgegangen. diese feiglinge, die lassen dich einfach da verrecken. ich hab heute geschickte ippli und liebste mutter freigeschaltet. ich hab heute geschickte. ich hab heute geschickte. ich hab heute geschickte. ich hab heute geschickte.